Hallo, ich bin Katrin und ich habe hier eine sehr schöne Woche verbracht und Einblick in den Cutout bekommen. Manisha ist eine Sonderförderlerin aus Jaipur. Wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir haben ein Bajan gelernt. Oder sagen wir mal, ich habe ein Bajan gelernt und möchte das auch gern tanzen. Wir haben verschiedene Tukras und Rhythmus gelernt und wie ich jetzt die Füße richtig setzen kann. Ich kann etwas zeigen und zwar ein kleines Tukra. Ich kann etwas sagen. Ich kann etwas sagen. Vielen Dank.